So viel. Dann nimmst du... Und drei. Dreimal. Dreimal. Zucker mache ich halt so. Und zack. Zucker. So lange rühren, bis Salz alles sich aufgelöst hat. Ein Esslöffel. Gut. Perfekt. Der Teig darf nicht kleben. Jetzt musst du den Teig immer kneten. Er muss ganz geschmeidig werden. Immer so. Ja, so. Genau. Und richtig fest. Das mag er, Herr Müller. 20 Minuten. 20 Minuten. Jetzt arbeitet die Hefe. Dann gehst du her. Ja, schon. Eine Kugel. Du musst... Okay. Nur flach. Okay. Jetzt musst du mal... Morgen sind die Kugeln so groß. Ich muss mal schauen. Siehst du, wie schön der Teig ist? Mhm. So, er ist jetzt rund, ja? Und dann gehst du her. Weißt du, du musst auch viel Mehl machen, dass das auch rutscht. Und immer ziehen. Immer mit dem Finger, weißt du, so. Und dann kannst du hergehen. Am Schluss. Zack, zack, zack. Normal, weißt du, normal nimmst du den Pinsel, scho. Mit dem Pinsel. Wo bist du? Ja. Nicht mehr weiter wie so. So ist gut. Viel Käse, das ist gut. Drei, Quattro. Quattro. Backofen ist was ganz gefährliches. Weißt du, wenn du nicht weißt, du musst aufpassen, wenn du hier hinkommst mit dem Arm. Pum. Der Ofen hat überall andere Temperatur. Ja. Dann kann es sein, halbe Pizza ist hell und die andere Seite ist dunkel. Da musst du immer drehen. Buon appetit. Buon appetit.